Hallo, herzlich willkommen zurück zu Torchlight 2 mit Marco, Jan und mir. Ich bin Penis. Du warst erst oben rechts, wer immer da unten links ist. Ja, Marco. Oben. Dann muss ich wieder vom Netzwerk absondern. Klar, ich. Das war jetzt aber schlecht. Komm mal. Ui, ui, ui! Ah, ah, ah! Junge, der macht mehr Schaden, als wenn mein Heal-Pod hier gibt. Ja. Weil sowas kannst du nicht verlegen. Warst du tot schon wieder? Der hat mir einen Hit gegeben, ich finde es wieder tot. LOL. Ich hab instant 20 Pots oder so gegeben, gefressen. Ich merke, die Dinger machen Aua. Er lebt! Krabben mit Helm, ich meine, kannst du ja denken. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen drei oder so finden. Ich hab drei. Oder irgendwie so, wenn die Zahl nicht lesen, die ist zu klein. Was? Hast du nicht schon eine Brille oder so? Ja. Ja. Jetzt haben wir fünf. Ja. Hey, der brauchte fünf. Wollen wir dann wieder gehen? Ja. Ich würde sagen, noch ein Blätterkunden. Boah. Ah, warum tut mir grad die Eichel so weh? Also die Baumeichel. Alter! Die Baucheichel? Ja. Ja, die Baucheichel. Mein Bauchnabel. Robin hat im Bauch noch so einen Auswuchs. Ne, ich hab den Bauchnabel, da sammle ich schon seit zehn Jahren ne Eichel drin. Die drücken grad ein bisschen. Die drücken grad ein bisschen. Wah, wie eklig. Stell dir vor, du hättest da so ne Eichel, die gammelt schon so richtig. Boah. Oh, wer der Fies. Habt ihr nicht gesehen? Ja, nein, nein, nein. Was ist hier? Guck, ich hab nix gesehen. Was war denn Fies? Da. Sollte die Truhe öffnen und felsenke ich zum Boden. WUH! I have to... Fress... Pots. Alter, ich will wenig Schaden machen, wenn du das gemacht hast. Oh, sie sind hier in dem Gebiet kaputt. Da kann ich kein Pott nehmen. Marco kannst du raf den Pott. Ich kann jetzt mal verrecken und sich nicht durchgehend healen, Mann. Na! Loll, LOLL! Alter, ist das richtig, gell? Ja. Ja. Ich hasse das ja, wenn Bosse sich healen, ne? Ah. So, direkt das erste Ex. Wie können die anderen auch noch öffnen, ne, wenn wir uns jetzt hier schaufeln fahren? Ich hab noch... Keine. Aber da sind eigentlich nur Bomben und sowas drin. Hm, nein. Nicht unbedingt. Da waren grad noch Sachen drin. Wir haben ihn noch nicht alles erkundigt. Wobei kommen jetzt hier überhaupt noch Viecher? Ich mein, der Boss ist tot, ne? Ich hab dem irgendwas gegeben. Da war schon mal nix. Also hier ist auch nix mehr. Ne, ist nix mehr. Können gehen. Ah! Ah, wie viel Gold da auf einmal rauskam. Ja, Marco. Ich glaub, ja. Was machst du da oben, Marco? Hä? Marco, da kann man nicht runter. Ist dir aufgefallen? Ich bin schon lange durch, durchs Portal. Nein. Bei mir hast du dich da noch rumgebacken. Ja, bei mir auch. Ai, ai, ai. Halleluja. 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 Ne, Mann. Wer hat mit 180 Schaden? Ne. Unter 200 kannst du alle behalten. Werbe. Peter. Erbe. Ja, Marco, ist okay. Und bei mir kannst du unter 240 alle behalten. Sag mal grad mein Pad los. Pff. Ja, süß. Uh, was? Hart. Oh, 207 Schaden pro Sekunde in Streitkolben. Einnämlich. Jan, hast du 77 Geschicklichkeit. Warte, kurz gucken. Ne, 65. Weil, dann könntest du eine Kralle mal 268 Schaden pro Sekunde nehmen. Ne, hab ich aber nicht. Und noch so ein paar andere Scheiße dabei. Kannst du verkaufen, wenn du das aber nicht brauchst. Ne, boah nicht. Kann ich auch nicht tragen. Kannst du auch hier mal einen 207 Einhand Stahlkorgen? I dist in my pants. Äh, ne. Euer Begleiter ist fort. Nicht. Ne, aber ich trinke mir jetzt erstmal die Limo. Was soll ich so rosa, man? Die Limo. Von Granini. Grapefruit Cranberry. Aha. Jetzt kann ich mal Pad noch weiter, die Sachen. Okay. Dann kennst du noch so eine Stachelwand auf dem Boden? Achso, ja. Ich muss sagen, das Gebiet... Das hätte ich schon skillen können, aber habe ich nicht. Das sehe ich schon an dem Fragezeichen. Das ist sehr klein. Ja. Na, hier geht's gerade aus hoch. Hauptsache, hier steht ein Feuer drin. Ja, Hauptsache es macht uns eh keinen Schaden. Hm. Ich muss mal wieder hochgehen. Alles macht euch eh keinen Schaden, wenn ihr fast gewonnen hat werdet. Ich freu mich nicht. Ei, 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 der macht mir Schaden. Wollen wir da nicht erst noch hoch? Da ist nix. Ich war da gerade. So warst du doch schon. Weil das nur so ein Stift ist. Ein Stift. Marco hat voll den scheiß Ping, Alter. Der portet sich hier rum. Ja. Bei mir auch. Hauptsache, Jan und Tore hier unten erstmal das, was mir HP gibt. Hm. Ja, ich habe eigentlich das nur gemacht, weil daraus die Gegner spawnen. Mir fehlen etwas weniger als zwei Balken. Ja, aber mir auch. Irgendwie levelt man mittlerweile. Jetzt irgendwie voll Glück. Ja. Ja, noch. Ja, schon klar. Wird später so ewig dauern, weil ich nochmal so. Ja. Später sind's ab dem Sumpf gewesen. Der wird aber schneller als ich. Weil er den IPV-Bonus hat. Ja. Du warst dafür aber gerade ganz schön recht. Ja, genau. Also. Du warst nämlich vorhin, warst du gleichzeitig mit uns level up. Also. Also. Das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Habe ich leider nicht gehört. Ja. 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 Da ist das skelett. Ich war dass er Knochenfisch. Ja. Ja. Ich fand auf dem Bild sehr komisch aus. Wann hab ich es denn noch? Können wir mal weiter? Warum kann man das nicht stacken? Meine Mimik. Wir haben Goldfisch. Glas? Hä? Im Glas. Goldfisch im Glas. Ja, weil's das ja hier auch gibt. Aber wieso kommen ja nicht immer so unendlich viele von denen hin? Ne, die Kleinen die fucken mich voll ab. Ich mag so kleine Gegner auch nicht. Großen und Gruen. Ja, aber in die Großen ganz schön viel Schaden. Guck mal, wir sind noch lange nicht bei diesem scheißgrünen Fragezeichen. Hier oben rechts ist noch was vorwendet. Komme. Oh ne, das war nichts mehr. Mein Skelett, ne? Das ist irgendwie voll schnell. Meine Truhe ist halt sau langsam. Guck mal, wie schnell das Skelett ist. Warte hin. Geht halt weiter runter, wenn wir oben noch nicht waren. Wann geht? Ah, dann gehen wir halt nach oben. Level up. Ja, wir leveln so viel schneller als du. Ah, jetzt fängt das an. Guck, dass ich gerade am skillen bin. Ja. Same hier. Was hat denn das? Er piezt sich nicht. Kann ich denn eigentlich jetzt ran stehen oder nicht? Warum brenne ich? Ist ja nicht, weil das Vieh da unten Feuer gespuckt hat. Aber anscheinend kann ich ihn nicht ran ziehen. Varko macht es sich wieder leicht. Darf ich jetzt mal leveln, kurz? Das heißt, leveln ich wie mein Schwert anziehen. Jetzt kann ich es immer noch nicht tragen. Wie viel fehlt mir denn noch? Varko, mach mal den Kreis. Stärke 104. Danke. 103! Oh! Einst... Mir fehlt eiskalt ein Stärke! Das ist doch... Da! Ist doch ranzig! Ich hab aber schon wieder fast einen halbweichen Voller verloren. Ja, ich auch. Uh, aber. Ah! Nein, 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 nein! Nein! Tot! Oh! Wir sind jetzt alle gestorben. Ne, Marco nicht. Der hier noch. Und beim Glatt meinen links auch. Der hat mir auf einmal so viel Schaden gemacht. Ja. Braucht ich hier links, aber echt voll unerwartet. Ne, eigentlich nicht. Nur der eine kam unerwartet. Ich hab so viel Schaden auf einmal gemacht. Weil mich schon wie Synchron umgekippt sind. Und ich verbrat voll viel Holz. Die ganze, weil ich... Ja. Holz? Du verbrennst ganz schön viel Holz. Mikrofon activated. Mikrofon activated! Was hast du gemacht? Hier kommt dein Gewicht. Ja. 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 Hat ja auch so lange gebraucht. Ja, das war's. 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 Ja. Ich hab nicht auf'n Monitor geguckt, du Mongo. Der Dreck beleidigt ist. Ja, du bist ein Top-Gott. Der Typisch haut gleich noch in der Merge. Ja. Ja. Sag das Obst an. Ne, guck schon wie da oben, Alter. Krieg dich halt nicht. War ja auch gar nicht Absicht. No. Ist ein Angelloch. Oh, deine Mutter ist wie ein Angelloch. Da stellt jeder seine Route rein. Der hab ich mir selber was ausgedacht. Aho, so hart! Du hast dir selber was ausgedacht. Hauptsache ich bin am Angeln. Und der läuft einfach weg. Opfer am verkackt. Das Gebiet ist einfach wieder so riesig. Du sie einfach vom vielversprechenden Angel auch einfach schon falsch viel verkackt hat. Wie viel wollen wir noch aufnehmen, wie lange? Ich weiß nicht, wir können ruhig hier noch aufhören, dann müssen wir morgen wieder aufnehmen. Ja, morgen auch mehr Zeit, wenn ich morgen nicht so lange Schule hab. Wie aber? Echt? Ja, aber das kümmert mich ja nicht. Ich hab Amok-Fisch! Boah, warte mal, ich muss direkt mal mein Pad verwandeln. Was ist denn ein Amok-Fisch? Oh, der hat mich abgewirft. Der verwandelt sich gar nicht, der wird nur schneller. Läuft der Amok-Fisch. Wollen wir dann da eben zu der Nebenquest hier abgehen? Ja. Oh, Marco, renn das noch weit schon weg. Oh, ich bin ja fast tot. Was hat mir denn schon wieder soviel Schaden gemacht? Der brannt. Was halt mal nicht so durchbringt. Es gibt noch voll viele Sachen unterwegs. Das ist eine verschlossene da hinten. Oder? Achso, hier. hier sind noch sachen und da unten ist ein dungeon lasst ihr noch eben machen in fünf minuten glaube ich ja das das eben zur quest dann machen wir das nächste mal wenn wir zurückgehen mein Inventar ist voll oh ich hab ein Quarzschwert gefunden ah wie hier Wachtürme sind das sind aber freundlicher bevor ich dem quest abgehe gebe ich erstmal hier scheiße ab mann ist das schlecht alles das ist auch noch ein Dungeon den mache ich auch gerade mit meinen Inventar leer so viel Zeug ich verkauf jetzt auch erstmal jeden doppelten Stein den ich habe fahrende 440er gruben Handschuhe aus Eisen weil wie er aussieht euer Begleiter ist losgegangen ich heiße euch Willkommen Kieferbrecher Streitkolben fähig fähig Marco ja du bist da du brauchst du äh äh eine Pistole und zwar hat die 176 Schaden, hohes Angriffstempo und 32 Gesundheit pro Tefer gestorben ne ich hab bald eh bessere Kann man denn jetzt hier einen Cut machen oder ist es noch zu früh? Bei einer meiner Waffen steht, spüre ihn. Geil. Ähm, dann hoffen wir es hat euch gefallen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.